Hallo, hier sind wir am Stand von Stork Bicycle. Mein Name ist Markus Stork und hier seht ihr unser neues E-Tranic, unser Enduro-Fahrrad, ausgestattet mit einem eigenen Akku und dem neuen TQ Motor, 120 Nm Drehmoment. Das Bike hat vorne und hinten 180 mm Federweg, ist custom aufgebaut, das heißt alle Wünsche können realisiert werden. Hier verbaut haben wir jetzt eine Fox-Gabel DT, Shimano XT Ausstattung, aber es ist so ziemlich alles möglich. In der leichtesten Konfiguration wird das Fahrrad sub 23 kg wiegen und Farbe nennt sich Eratus mit Leuchtorange. Also das Fahrrad ist dann ab Frühjahr sehr wahrscheinlich komplett fertig, lieferbar. Hier handelt es sich noch um Prototypen. Ihr könnt mehr Informationen auf unserer Webseite dann finden unter stork-bikes.com und ich freue mich, wenn ihr das Fahrrad dann mal selbst auf Probe fahren könnt. Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!